Ein königlicher Experte behauptet, die Folgen von Prinz Harrys Reise hätten sich hauptsächlich auf Meghan Markle's Abwesenheit konzentriert. Der Herzog von Sussex war diese Woche allein in New York, nahm an Wohltätigkeitsinitiativen teil und hatte sogar einen Cameo-Auftritt in einer beliebten US-Talkshow, aber ein Experte behauptet, dies habe ein großes Problem aufgezeigt. Prinz Harry war am Dienstag der Hauptgast der Clinton Global Initiative in New York, wo er eine herzliche Reden über Online-Sicherheit hielt und während einer Podiumsdiskussion über den Diana-Avort rührend über seine Mutter Prinzessin Diana sprach. Doch die königliche Historikerin Dr. Tessa Dunlop sagte, Meghans Abwesenheit lasse Harrys Marke aufgrund der gemeinsamen Unternehmungen des Paares in der Vergangenheit etwas dünner scheinen. Sie sagte dem Mira, alleine war Harry ein Reuel zweiter Klasse oder, in seinen Worten, der Ersatzmann. Meghan eine Hollywood-Nebendarstellerin in einer Serie namens Suits. Zusammen waren sie Mega-Megabags und Megastars. Nichts konnte sie aufhalten, nicht einmal eine männliche Ansprache von diesem anderen Abtrünnigen, dem ehemaligen Premierminister Boris Johnson. Sie fügte hinzu, aber wieder allein, sieht die Marke des Herzogs, nun ja, ein wenig dünn aus, egal wie gut Harry in seiner Rolle als amerikanischer Reuel ist, sehr gut, wie sich herausstellt. Meghan Markle ist Berichten zufolge mit ihren beiden Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, in ihrem Haus in Montecito, Kalifornien, geblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017